Was ist Wiederheirat? Warum verbietet Gott Wiederheirat? Was ist Wiederheirat? Wiederheirat ist eine Heirat, bei der mindestens ein Partner bereits verheiratet war und dessen Ehepartner noch lebt. Warum verbietet Gott die Wiederheirat? Erstens, Gott hasst Scheidung. Die räumliche Trennung ist manchmal notwendig. Die Bibel sieht ausdrücklich vor, dass bei fortgesetzter Sünde der Ehepartner sich trennen sollte, um die Sünde nicht zu decken und mitschuldig zu werden. Zweitens, Gott ist gegen Wiederheirat. Denn wenn jemand seinen Ehepartner scheidet und eine andere heiratet, begeht er auch Ehebruch. Gottes Wort ist ganz klar. Drittens, Gott ist gegen Wiederheirat. Damit der Ehepartner Buße tun kann, soll der Ehepartner keine andere heiraten. Viertens, der Verheiratete hat seinen Ehepartner zurückzunehmen, wenn dieser Buße tut. Wenn der Ehemann sie nicht zurücknimmt, sündigt er und bringt eine große Sünde auf sich, denn er sollte den Sünder zurücknehmen, der Buße getan hat. Aber nicht immer. Auch dieses hat natürlich Grenzen. Also es muss nicht jemand zum hundertsten Mal seinen Ehepartner zurücknehmen. Irgendwann ist dann das Tischtuch zerschnitten und man bleibt getrennt. Jeder, der unverheiratet mit einem anderen Partner Ehe lebt, begeht Unzucht. Dabei gibt es keine Ausnahmen, auch wenn ältere Christen es tun, um ihre Rente zu sichern. Die Bibel erlaubt Trennung, aber nirgends steht in Gottes Wort, dass Wiederheirat erlaubt ist. Jeder interpretiert es hinein, aber es ist nicht erlaubt. Frühe Christen wussten, was zu tun ist, wenn ein Ehepartner in fortgesetzter Sünde lebt. Der Ehepartner soll den anderen entlassen und allein bleiben. Das Problem beim Thema Scheidung und Wiederheirat ist, dass jeder für sich eine Ausnahme sucht, warum er wieder heiraten darf.